Hallöchen, Hallöchen, da sind wir wieder. Und ja, ich glaube wir werden jetzt den letzten Kampf angehen. Wir sehen mal, ob wir es schaffen. Alles klar. Wow. Hey. Ah, shit. Oh, die zieht er wieder ab. Was? Was ist das denn? Okay. Hey. Don't worry, Boji, I'm sure this is the last time. Up you go. Hm. Ob man die so besiegen kann. Das ist mich sehr, sehr, sehr merkwürdig. Oder ich muss dann mal da rüber oder so. Was? 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 Was ist das? Was? Was? Wieso wehrt sie nicht ab? Wo müssen die hin? Was soll mir das bringen? Treffen tue ich sie ja ganz gut Das kann man leider nicht überspringen Das hat auch ein bisschen Okay So ist der Eingang da Wurde gerade sagen ich muss doch da stehen Kann da auch gar nicht da rüber springen So Das ist der Eingang da Das ist der Eingang da Das ist der Eingang da Ja ist klar Hau mir alles rein Hau mir alles rein Geht doch Was ist das Gute Du wirst Gheregte Wohl Tönt 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 Wie soll ich denn da rüberkommen? Ähm, na gut. Muss man auch gucken. Hm. Ja, wir besuchen es. Ich hab... Na ja, dein Turm ist wieder da. Die Turm ist wieder da. Ach man, nervt das. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 oh man jetzt ich komme da nicht mehr weg jetzt wird ihm angezeigt jetzt wird es ihm angezeigt vielleicht sollte ich mir doch die waffe habe ich aber kein leben noch was energie hoch das sind jetzt immer die energie hoch aber da gibt es noch eine waffe da ist in dem bereich nur eine waffe geben muss man die mal suchen so probieren wir wollen wie komme ich hinweg und ein schlag kaputt nach der ich glaube das werden noch ein paar folgen kommen nicht die truller platter dies wirklich schwer die ist wirklich schwer wenn das nicht so alles funktioniert und es gern hätte wieder nicht geklappt und wieder nicht geklappt und wieder nicht geklappt ja hau noch weiter auf mich ein jetzt So you want more than just play? There. So you want more than just play? Hier gibt es auch kein Heilmittel hier. Nein! Okay, nichts. Come on, bitte. Okay. Ah! Nein! Okay. Ist aber auf jeden Fall machbar. Ich weiß jetzt wie es funktioniert, also. Es klappt. Okay. Okay. Okay, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Und dann machen wir die Platte. Okay. Bis dann. Ciao. Go. Okay.